Hallo! Hallo! Na, Andress? Hallo! Ist das auch zufrieden oder nicht? Jawohl! Danke Ihnen! Ja, vielen Dank! Tschüssi! Hallo, ihr habt euch ein bisschen aufgezählt? Ja! Wir möchten drauf! Wir müssen Schamro machen, genau! Ja! Ich glaube, ich würde mal in den Spiegel gleich gehen. Ja! Ja, und wie gesagt, jetzt haben wir schon mal Leute gemacht, aber wir gehen ja auch schon mit Haken klicken, wo wir mal angekommen sind.